Wir haben einfach gezeigt, wo es lang geht und die Welt ist rüber geschwappt hier nach Europa und in viele andere Länder auf der Welt hier rauf. Wir haben ja unter anderem einen Fahrer heute in der Säge aus Bahrain, der hier heute leider nicht dabei ist, aber Salach Salachdin fährt bei uns aus Bahrain kommend ab und zu mal mit, hier ist ein qualifizierter Pro und viele Fahrer fahren einfach aus dieser japanischen Tradition heraus mit japanischen Autos. Untertitelung des ZDF, 2020